Ja Leute, willkommen zur dritten und letzten Runde hier beim Foto-Battle gegen Lina mit Tina. Ja, wie ihr sehen könnt im Hintergrund neue Location, wie ihr sehen könnt an Tina neues Outfit, aber immer noch fünf Minuten Lina. Bist du ready? Ja. Okay, ich auch. Wir haben gerade eine Mittagspause gemacht. Sieht schon mal Jacke aus. Wir sind alle relativ müde, weil wir uns echt gut gestopft haben. Falls ich nur so schleiche. Oder sie im Liegen Fotos macht, dann sei ihr das Verziehen. Deine fünf Minuten laufen jetzt. Super, komm hier rüber. Na komm, komm noch mal ein Stück weiter nach vorn. Schau mal da an, geh vorbei. Okay, kannst du dich nochmal auf dem Boden setzen? Ja. Mhm, da dran. Ups, die Kamera will auch schon nicht mehr. Schau nochmal direkt in die Kamera. Gut, fertig. Wollen auch alle nach Hause. Nein, ich bin wirklich fertig. Lina, ich bin soweit. Ich bin auch ein bisschen müde, aber du kannst den Timer von mir aus starten. Alles klar, gut. Und los. Hat sie echt gemacht. Komm, wir gehen da lang. Genau, super, danke dir. Das noch einmal auf mich zulaufen, dann machen wir was Neues. Lass mal kurz gucken. Lass mal. Trotzdem mal an die krasse weiße Wand gehen. Einfach mal. Einmal zur Sonne gucken. Noch mal in die andere Richtung gucken. Noch mal beide Beine runter. Gerne vielleicht über Kreuze oder so. Jetzt stell dich mal so seitlich hin, so gegen die Wand. Ja, genau, genau. Halme zu 30. Ich muss mal kurz gucken. Weißt du was? Setz dich mal hier auf dem Boden. Ja, das sieht super aus. Bleib so. Das sieht gut aus. Super. Cool. So, das ist leider das Ende von Runde 3. Das Ende von diesem Fotobattle gegen Lina. Lina, es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wer es gewinnen wird. Tina, du warst super. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch beide einfach die Zeit genommen habt an einem Montag. Ähm, jetzt liegt es an euch, wieder zu voten hier über dieses kleine I. Könnt ihr bestimmen, welches Bild ihr besser findet, A oder B. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, gegen mich in einem Fotobattle anzutreten, dann schreibt eine Bewerbung an info-at-vitografie.com. Auch wenn ihr Model seid und Bock habt mitzumachen, schreibt auch gerne an diese E-Mail, die ich jetzt nicht nochmal nennen werde, weil sie so schwer auszusprechen ist. So, jetzt ist es raus. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Fotobattle wieder, wenn es heißt Fight. Oh, fuck. Tschüss. Tschüss.